mit dem segen des lichtes begrüße ich dich mit dem segen des lichtes lege ich einen mantel des schutzes um dich und dieser mantel wird dich begleiten wenn du es dir wünschst und so spricht mein medana zu dir mein medana ist mein name in der lichtsprache und ich bringe dir heute die quanten energie ich stelle sie dir zur verfügung so wie ich es auch in den schulungen bereits getan habe geliebter mensch du bist niemals allein geliebte wesen der erde wir sind immer bei euch wir beobachten alles was geschieht und sind bereit euch zu unterstützen und so haben wir das quantenfeld mit unserer liebe aufgeladen mit unserem schutz und mit unserem wissen und wir laden dich ein mit uns zusammen in dieses quantenfeld hinein zu gehen du kannst dich dort erholen du kannst dort kraft sammeln und dich mit der liebe des universums verbinden und wenn du bereit bist dann nimm nun einen tiefen atemzug der liebe und dehne dich mit diesem licht der liebe aus spüre wie du ruhig dabei wirst wie dein körper sich entspannt und deine seele vibriert deine seele ist bereit jetzt zu dieser reise und mit einem weiteren tiefen atemzug trägt dich deine seele direkt in das quantenfeld der liebe die wesen die lichten wesen des universums sind hierher gekommen um dich zu begrüßen um dir zu sagen dass du geliebt wirst um dir zu sagen dass du geschützt bist um dir zu sagen dass du niemals alleine bist und so lass dich jetzt nieder ruhe dich hier in dieser energie ein wenig aus ruhe dich aus und entspanne das was gelöst werden darf wird sich lösen und die liebe wird bei dir sein diese große vollkommene bedingungslose liebe des universums sie umhüllt dich und trägt dich sie streichelt deine seele und sie flüstert dir zu alles wird gut vertraue die liebe ist für dich da die liebe schützt und trägt dich und so nimm dir nun ein wenig zeit und entspanne dich lass dich von der liebe tragen und nimm all das an was dir jetzt geschenkt wird erlaube dir dich fallen zu lassen in die ewige liebe in das ewige licht in das große vertrauen Untertitelung des ZDF, 2020 Und vielleicht kommt jetzt ein Lichtes Wesen zu dir, ein Engel oder ein Sternenwesen. Wer auch immer es ist, dieses Wesen hat eine Botschaft für dich. Und dieses Wesen legt nun seine Hand auf dein Herz und flüstert dir deine Botschaft zu. Und das ist das Wesen. ein geschenk was es auch sein mag es besteht aus liebe und so lächeln wir dich an und wenn du magst darfst du uns zurück an lächeln denn aus diesem lächeln entsteht ein strahl der liebe den wir dir jetzt schenken den du mitnehmen kannst und der dich immer daran erinnern soll dass du niemals alleine bist und so trägt dich deine seele mit einem weiteren atemzug wieder in dein hier und jetzt in deine dimension hinein und vielleicht spürst du diese innere leichtigkeit diese positive ausrichtung und zuversicht und dann darfst du in deiner geschwindigkeit hände und füße bewegen deine augen öffnen und wieder ganz hier sein ich danke allen geistigen wesen allen sternen wesen die heute hier waren und ich danke dir dafür dass du dabei warst es war so schön es war wunderschön und ich bin voller licht und liebe und ich wünsche mir dass ihr auch genau das fühlt nehmt alles mit in diese energie mit diese geschenke und denkt im alltag daran wenn es euch vielleicht mal nicht so gut geht wenn irgendwas komisches geschehen ist oder man etwas gesagt hat was nicht gefällt denkt einfach jetzt dann an diese situation an diese energie und es wird euch besser gehen ich wünsche euch alles liebe zusammen schaffen wir das wir sind stark bis zum nächsten mal